Hier präsentieren wir die 5 besten Saftpressen Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unserer Liste unter Nummer 5, die Klarstein OJ 6 Foodberry S Saftpresse ist eine elektrische Saftpresse mit vertikaler Pressschnecke. Sie wird von einem renommierten Hersteller dieser Branche angeboten. Neben einigen anderen Vor- und Nachteilen ist die Entsaftungstechnik dieser Saftpresse bekannt dafür, eine Saftausbeute zu liefern, die reich an Vitaminen, Enzymen und Mineralien ist. In den folgenden Absätzen erfährst du, wie unsere Redaktion die Saftpresse Klarstein OJ 6 Foodberry S bewertet hat. Bei Nummer 4, der Philips HR 1945-80 ist eine Saftpresse der neueren Generation. Sie arbeitet mit der sehr innovativen Mikromastika-Thing-Technologie, bei der die Zellstrukturen von Obst und Gemüse erhalten bleiben. Auf diese Weise können mehr als 90% der Nährstoffe extrahiert werden, was eine vollständig gesunde Ernährung möglich macht. Im folgenden erfährst du, wie unsere Redaktion die Philips HR 1945-80 Saftpresse bewertet hat. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3, I.E. Rösel 12802 Zitronenpresse ist eine pflegeleichte, aus Edelstahl gefertigte Zitruspresse, die sich optimal zum Auspressen von Zitronen und Limetten eignet. Mit Hilfe eines speziell geformten Presskegels wird ein maximales Pressergebnis bei minimalem Kraftaufwand erzielt. Der Saft fließt ungehindert durch einen Ablauf, während alle Kern- und Fruchtfleischreste zuverlässig zurückgehalten werden. Abgerundet wird das Produkt mit seiner pflegeleichten Reinigung. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2, die Esma Citruspresse Superline ist eine Saftpresse, mit der du dir im Handumdrehen Säfte aus Zitrusfrüchten zaubern kannst. Während der Saft durch die Ausgusslippe fließt, werden die Fruchtfleischreste von den Rillen aufgefangen. Die große Breite ermöglicht es dir, auch größere Orangen- oder Grapefruits zu pressen. Insgesamt ist es ein günstiges Modell, das aber alle Erwartungen erfüllen kann und zudem noch eine lange Lebensdauer bietet. Und kommen in eins unserer Liste. Der Philips HR 1832-00 Entsafter ist ein leistungsstarkes Modell mit 400 Watt, das sich gleichermaßen zum Entsaften von frischen Früchten oder hartem Gemüse eignet. Dieses Produkt verfügt über die Quick-Clean-Technologie und lässt sich innerhalb einer Minute reinigen. Alle Einzelteile sind abnehmbar und können mit Hilfe der Spülmaschine gereinigt werden. Eine große Saftkapazität garantiert einen langen Pressdurchgang. Auf dieser Seite erfährst du, wie der Philips HR 1832-00 Entsafter von unserer Redaktion bewertet wurde.